Ein Wunderschön, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal wieder ein großer Karton. Wir werden die zweite PET Katzenklohäuschen aufbauen. Das große diesmal. Ich habe kein Ansteckmikrofon dran, also es kann sein, dass der Ton etwas bescheiden ist, aber nichtsdestotrotz machen wir weiter. Das Kleene habe ich ja gerade aufgebaut. Das ging auch echt ratzifatzi. Hätte ich jetzt so in der Form nicht gedacht, dass das durchgehebt. Ich habe auch vom Kleen schon in den gelben Sack alleine vollgekriegt. So, ach du Scheiße. So, das ist A. A. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Das sollte eigentlich hier so dran sein. Das ist aber kaputt. Und wie soll ich das große Paket zur Post kriegen? Ok, Video ist erstmal beendet. Stilleben, te tastier dich. Okay. Okay. We're gonna belegen. Okay. 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 And. You're gonna belegen.